Hallo YouTube, willkommen zu einem neuen Video. Heute wieder ein PS2 Collection Video, auch schon was länger her. Wie in jedem Collection Part 10 Spiele. Wer es noch nicht bemerkt hat, ich habe es ein bisschen an der Kamera Perspektive, weil ich finde, wenn es näher rangezoomt ist, sieht es besser aus. Aber ich werde nachher noch wieder alle Spiele zeigen und weiter entfernt dann alle Spiele zeigen. Wie in jedem Part 10 Spiele eben und das müsste jetzt Part 31 sein. Also habe ich 310 PS2 Spiele. Das erste Spiel ist Futurama von SCI Games oder SCI Games und ja, ist ein, ja wie sagt man, also man spielt praktisch die Figuren, schießt die Gegner weg, also läuft durch die Welt, hat ein paar Rätsel. Ich sag mal, es ist ein Adventure, oder? Shooter Adventure, First Shooter Adventure. Naja, ich weiß, ich vergesse immer wie es heißt. Auf jeden Fall, wenn ihr die Serie mögt, dann kann ich euch das Spiel ohne Bedenken empfehlen. Hat originaldeutsche Sprecher, ist auch selben, also das Script ist von demselben Schreiber der Serie. Es macht Spaß, es hat einen Shell-Shading-Look und es sieht gut aus, finde ich. Also es macht mir schon Spaß. Die Steuerung ist, naja, hakelig, aber es macht trotzdem Spaß. Das Spiel gibt es auch für die Xbox, meine ich und ja, das wollte ich auch noch sagen, wenn es ein Spiel für andere Konsolen gibt und ich das weiß, sage ich euch das auch. Aber auf jeden Fall, wenn ihr die Serie mögt, kann ich euch das empfehlen. Dann haben wir hier Forma 1 2006, die spanische Fassung, weil ich mir die damals bei Ebay für 4 Euro neu gekauft habe. Die ist aber auch komplett in Deutsch, also keine Sorgen. Hier wird dann eben mehr Alonso gezeigt. Aber für mich das beste Forma 1 Spiel auf der PS2. Wenn ihr also ein Forma 1 Spiel sucht und nur eine PS2 habt oder halt eure Sammlung vollständigen wollt und sucht ein gutes Forma 1 Spiel, dann kann ich euch 2006 nur empfehlen. Hat eine gute Grafik, gute Steuerung, die Sprecher, die ja das boxen und so, das wiederholt sich ziemlich oft, aber kann man sich ruhig kaufen. Ist aus dem Jahre 2006 eben. Y-Excel für die PS2. So, dann haben wir hier Legende of Sayuki. Das ist ein, ja wie sagt man dazu, also man läuft durch die Welt, man kann es zu zweit spielen und schießt, also von der Perspektive von oben und schießt und schlägt die Gegner weg. Ist glaube ich eher so eine Art Hack and Slay dann. Grafik ist sehr minimalistisch, also nichts Besonderes. Die ist zwar schön, aber die ist eben, ich finde nicht so PS2 Niveau. Das sieht schon aus wie so ein, ja fast ein Game On One Spiel würde ich schon sagen. Aber es macht Spaß, das ist gut und ja, ich finde es gut. Es kostet auch nicht so viel. Gibt es auch für die Nintendo Wii, zumindest ein UK, da weiß ich es. Und ja, ich würde es empfehlen, wenn ihr solche Spiele mögt. Guckt euch am besten zu jedem Spiel, was ich euch jetzt zeige, ein YouTube Video an, weil nicht, dass ihr sagt, du hast gesagt, es ist gut. Ja, mir gefällt es, aber ich weiß nicht, ob es euch gefällt. Dann kommen wir zu Primal. Primal ist ein Spiel, was leider untergegangen ist. Obwohl es ein sehr gutes Game ist. Die Steuerung ist hier auch nicht immer optimal, aber das Spiel hat eine geniale Grafik. Ist eine sehr gute Story. Es ist auch ein gutes Spiel. Ist aber leider untergegangen. Ich finde es halt sehr cool, weil man spielt hier, glaube ich, die Frau hieß Jenny und die hat ein Gargo dabei. Das ist Kree. Den spielt man ab und zu auch mal. Hat viele Rätsel, also es geht in die Richtung so Sol Reaver mäßig, finde ich. Hat aber mehr Rätsel. Das Geile an dem Spiel ist, wenn man, man ist hier in der Dämonenwelt und wenn man einen Abschnitt, sagen wir mal jetzt unter Wasser, dann kann Jenny auch die Fähigkeiten kriegen und verwandelt sich auch in so einen Dämonen. Also ich fand es geil. Und der Soundtrack ist gut. Und die deutsche Synchrone ist gut. Das ist die limitierte Sammleredition. Da ist ein Soundtrack dabei. Und ich muss euch das A-A-A-Pro, die Anleitung zeigen. Die ist in so einem alten Papier gemacht. Also echt schön. Mit so ganz vielen Böllchen und in Farbe. Also ich finde es cool, das Spiel. Schade, dass es Plastik schlecht verkauft hat. Ist von Sony und entwickelt worden ist es von den, ich glaube, von den Mediaevil-Machern. Und ja, hätte ich gerne mal einen zweiten Teil für die PS3 gesehen. Also ich finde es cool. Dann kommen wir zu einem Spiel, was es auch für die PSP gibt. Aber ich weiß jetzt nicht, ob es dasselbe ist. Weil es gibt es zweimal auf der PS2. Einmal Persona 3 Normal und dann einmal Persona 3 FES. Das ist eine Erweiterung mit neun Zusätzen. Ich weiß aber nicht den Unterschied zwischen den Versionen. Das ist die englische Version, also die palenglische Version. Weil die ist günstiger gewesen als die deutsche. Und die deutsche Version ist auch komplett in Englisch. Außer, dass sie halt eine deutsche Anleitung hat. Persona gefällt mir immer sehr gut. Ich kann, wenn ihr japanische Rollenspiele mögt, dann kann ich euch Persona nur empfehlen. Den dritten werde ich mir noch kaufen, wenn er günstiger ist oder ich ihn auch günstig herkriege. Das ist ja praktisch derselbe, halt nur mit der Erweiterung. Kann ich ohne Bedenken empfehlen. Gibt es auch halt, wie gesagt, wie eine PSP, eine Umsetzung, die aber auch wieder anders ein bisschen ist. Wobei, wenn ihr ein Persona-Teil günstig sucht, dann kauft euch lieber 4. Da ist ein Sound-Deck dabei und der ist auch besser, finde ich. Aber Persona 3 ist auch ein guter Teil. Jetzt werden mich viele erschlagen. Und zwar Resident Evil 4 in der Limited Edition. In so einem schönen Ste-Book. Da war noch so ein, ja, ich sag mal, kleiner Berater dabei. Hier dieser, dieser Berater, das ist die Anleitung. Also sieht eigentlich gleich aus, aber ist so ein Hilfeheft. Habe ich geschenkt bekommen? Ich weiß nicht, ob ich einen User verraten darf. Also damals wollte er es nicht. Ähm, ja, Resident Evil 4. Also ich habe es geschenkt bekommen, ich kann es ja eigentlich sagen, oder? Oder soll es nicht? Ne, ich sag's lieber nicht, damals wollte er es nicht. Auf jeden Fall, ähm, das Spiel selbst ist ein gutes Resident Evil. Ich sag's jetzt mal so, aber mir gefällt es nicht. Weil Resident Evil 4, ab da fing die Serie an, sich zu verändern in eine Richtung, die mir nicht gefällt. Auch Resident Evil 5, ich finde es gut, also zumindest im Co-Up-Modus. Aber es gefällt mir nicht als Resident Evil. Und so ist es auch bei 6. Resident Evil 6 gefällt mir, aber nicht als Resident Evil. Resident Evil ist für mich 1 bis 3 und das Remake und 0 für den Gamecube. Alles andere ist kein Resident Evil mehr für mich. Aber es ist ein gutes Spiel. Viele lieben dieses Spiel am meisten. Ich kann's verstehen, es war damals in seiner Zeit zumindest auch im Gamecube ein Grafikbrett. Äh, ja. Aber mir gefällt es eben nicht. Das Spiel gibt es auch auf dem Gamecube. Da gab es das zuerst auf der Nintendo Wii, auf der PS2 und ich glaube sogar auf dem PC. Und PS3 als HD-Remake gibt es das ja auch nur in Japan. Und ich glaube, es ist HD runterladbar. Irgendwie sowas kann man sich schon kaufen, aber ist nicht mein Lieblings-Ressie. So. Dann kommen wir zu einem Spiel, was eine Fortsetzung ist. State of Emergency 2. Ähm, ich find's besser als den ersten Teil, weil es sieht ein bisschen besser aus meiner Meinung nach. Und man kann hier Panzer fahren und man kann noch mehr Blödsinn machen. Ähm, gibt es meines Wissens nur für die PS2. Ich mein, ja. Ist auf jeden Fall ein lustiges, cooles Spiel, wenn man Chaos machen will. Den ersten Teil hab ich auch. Und ja, kann man sich kaufen, wenn man solche Spiele mag. Sollte man aber trotzdem erstmal YouTube-Video angucken gehen. Ich fand's damals lustig. So, dann kommen wir zum nächsten Spiel. The Swat of Interia. Das ist ein Rollenspiel, Hack'n'Slaying-Mix von Konami. Ähm, also ich Swat ja in den Magazinen sehr schlecht gemacht, muss ich ja sagen. Klar, es macht nicht viel besonders. Es ist eigentlich nur ein Hack'n'Slaying. Aber was ich cool finde, man hat immer drei Figuren, weil dann kann man so Spezialattacken machen. Was mir wiederum sehr gefallen hat. Ich muss auch sagen, das Spiel finde ich jetzt selber nicht blöd. Also mir hat's gefallen. Ich kann's eigentlich empfehlen, aber auch hier. Guckt euch besser nochmal ein Video dazu an. Mir persönlich gefällt's. Ich glaub, es ist auch von den Silikunenmacher. Aber da würde ich jetzt nicht sagen, ob das... Ich weiß es nicht, ich glaub aber ja. Also ich hab da mal irgendwie was gelesen. Aber ich will jetzt ja kein Gerücht in die Welt setzen. Ich muss dann kurz einen Schnitt machen, weil die Kamera fast voll ist. So, auf jeden Fall. Ich meine, ich hätte gelesen, dass es von den Silikunenentwicklern ist. Wenn nicht, dann hab ich eben falsch gedacht. Aber ich find's gut. Dann Ultimate Spider-Man. Ein sehr, sehr gutes Spider-Man. Meiner Meinung nach, was ein Challenge-Shading-Look hat, ist von Activision. Was ich cool halt finde, es gibt halt zwei Kampagnen. Einmal von Venom und einmal von Spider-Man. Äh, war eine lange Zeit mein Lieblings Spider-Man, muss ich sagen. Und was mir auch gut gefallen hat, das Spiel ist nicht kurz. Also man hat hier schon lange dran zu spielen, muss ich sagen. Das hat mir sehr gut gefallen. Ähm, gab's auch eine limitierte Edition für die PS2 mit so einer Blackbox, glaub ich. Irgendwas mit Black. Keine Ahnung, was dabei war. Das Spiel gibt es auch für die Xbox 1 und auch für den Gamecube. Kann ich euch empfehlen, wenn ihr Spider-Man mögt. Und ja. Dann ein Spiel, was ich mir auch 2012 gekauft habe, wo ich lange drauf gewartet habe, es mal zu kriegen. Ich wollte es mir mal neu holen, da hat es immer lange Zeit 80, 90 Euro gekostet. Und dann wollte ich es aufgeben, dann gab es die englische, zwar für 20 Euro, aber die ist komplett in Englisch. Und dann habe ich mal dieses Spiel gebraucht gekauft, aber es ist wie neu, wie der Beschreiber, Verkäufer beschrieben hat. Und da bin ich sehr froh darauf drüber, dass ich das dann mal auch gekriegt habe. Eine wunderschöne, äh, eine wunderschöne, äh, ich meinte, eine wunderschöne Grafik für die PS2. Ein sehr gutes Spiel, finde ich. Also sollte in keiner Rollen-Action-Spiel-Sammlung fehlen. Mir hat es sehr gut gefallen. Ich finde es toll. Ich bin glücklich, dass ich es in der Sammlung habe. Ähm, meines Wissens gibt es diesen Teil nur für die PS2. Und, ja, wenn ihr sowas mögt, kauft euch das. Guckt euch zu jedem Spiel ein Video an. Ich mache es mal einen kurzen Schnitt, lege das nochmal alles so hin und dann erzähle ich es noch was kurz und dann sind wir schon fertig. So, dann sind wir wieder. Also 10 PS2-Spiele. Äh, mal gucken, wann ich die nächsten 10 zusammen habe. Äh, also jetzt nochmal so kurz so ein Durchlauf. Legende auch Sayuki. Guckt euch ein Video an und spielt Probe, weil da kannst du nicht sagen, dass es eine Geschmackssache. Primal würde ich auf jeden Fall jenem empfehlen, der sowas wie Soul Reaver mag oder Zelda. Oder, oder, oder. Also, Spielprobe. Persona 3 kann ich eigentlich auch jedem japanischen Rollenspiel-Fan empfehlen. Resident Evil 4 würde ich sagen, also nicht den so Leuten wie mich, die Resident Evil 1 bis 3 geliebt haben. Aber die einsteigen wollen eventuell. Also Resident Evil 4 ist ja kein schlechtes Game, aber es ist eben für mich kein richtiges Resident Evil Spiel. Aber kann man trotzdem empfehlen. Stage of Emergency 2, ähm, ja, gibt es bestimmt viele, die das mögen. Da würde ich auch sagen, das ist eine Geschmackssache. Mir gefällt es. Genau wie war es ist von Off-Internia. Äh, ich liebe es, aber müsst ihr ein Video gucken auch, ich weiß weiter. Manche mögen diesen Grafik-Club nicht, aber Video angucken und dann entscheide ich, ich mag es. Auch wie dieses Spiel, super Grafik, aber auch hier Geschmackssache. Manche mögen diese Art von Rollen-Action-Spiel nicht, aber ich liebe es. Und Formel 1, ja, wenn ihr Formel 1 mit und eine PS2 habt, dann holt es euch. Alle anderen nicht. Und Fushabama war auf jeden Fall Fans der Serie ganz deutlich zu empfehlen. Und wer solche Spiele mag, kann es ja mal antesten. Das waren meine 10 Spiele. Ich habe wieder viel geredet, aber ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich würde mich über eure Kommentare und Bewertungen freuen. Ich hoffe, dass ihr diese neue Idee mit diesen erst einzelnen Nahtzeigen und dann alle nochmal so zu Naht, also alle zusammen von Weitem, gefällt euch. Ich würde mich über eure Kommentare und Bewertungen freuen. Und ich sage dann tschüss, bis zum nächsten Video. Tschüss.